Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Generation. Hallo, guten Tag. Die Bremsbalance ist wieder auf Scheiße zurückgestellt worden, warum auch immer. Wir hauen die wieder hoch auf gut. Die Reifenwahl, das wird jetzt die ganz interessante werden, denn wir brauchen nasse Reifen. Die Frage ist, die letzte Stage ist eine lange Stage. Ich packe dann nur ein Reifen mit? Oh Scheiße, ich weiß es nicht. Ne, wir packen zwei mit. Aber wir packen noch einen Soft mit ein. Habe ich noch ein paar gute Softs? Yes. Ist das der Weg? Das ist es. Ja, ich habe einen Plan. Das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Auf geht's, ab geht's. Ole, ole, das größte Finale. Kroatien. Ich kann das Top 1 Ergebnis noch wegfeuern. Ich kann es auch, aber auch noch behalten. Die Reifen passen. Und jetzt wird einfach noch ein bisschen vorsichtig gefahren. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. Rechts 6, kurz 80. Oh Gott. Scharf rechts. Nicht schneiden. Breiter 200. Das Auto fährt wie Scheiße. Beim Gas geben zieht es nach rechts. Scharf bremsen. Warum? Und beim Bremsen zieht es nach links. Was ist das für ein Clownsmobil? In rechts 5 macht zu, in links 4, kurz. In rechts 5 macht zu, in links 4 macht auf. Da habe ich für Reifen drauf. In links 4 und rechts 3. Ich habe hinten rechts einen, einen, einen Ringreifen, oder? Aber dass es gleich so eine Scheiß-Auswirkung hat. Das Ding ist so ein Fahrer. Ach du heilige Makrele. Rechts 2, Verengung. Das Ding ist... Much. Und links 4. In links 3, kurz. Und links 2, 80. Rechts 5 macht zu, dass... Krass ey, was die Reifen für eine Auswirkung haben. Ach du heilige. Rechts 4, in links 3, nicht schneiden. Und rechts 4. In links 4, innen halten. Rechts 5. In links 4, kurz. Und rechts 5. Und links 5, leicht schneiden. In rechts 4, 100. Achtung, unter Brücke, Verengung. Links 5, 30. Achtung, rechts, links 2, 20. Ganz sachte Bremsen. Rechts 4, schneiden. In links 3. Oh Gott, muss ich gegensteuern. Beim Bremsen. Rechts 3 und links 4, mittel, macht zu. Wow, das schärzt sich... In rechts 5, macht zu. Alter Vater. In links 3, leicht schneiden. In rechts 4, innen halten. Links 5, schneiden. Und Achtung, scharf rechts schneiden, 30. Überkuppe, links 5, kurz 250. Es fährt sich, als wir einen Totalschaden hätten. Scharf bremsen, scharf rechts schneiden. Und nur noch den Berg runterrollen. Oh Gott. Raus beschleunigen, zieht es nach rechts. Beim Bremsen zieht es nach links. Alter Vater. Das ist ja wirklich elendig. In links 6, leicht schneiden. Bremsen, links 3, 30. Es gibt ja einen Mythos, das, äh, weil ja bei jeder Rennstrecke so ein bisschen, überall ein bisschen Carbon liegt und weiß was ich alles für Teile durch Unfälle, dass auf der Nordschleife so viele Teile rumliegen, dass man daraus einen alten E... einen alten E... was ist denn da? E-30, einen alten E-30 zusammenbasteln könnte. Und ich glaube, der würde besser fahren, äh, als der hier. Links 1, 150. Links 3, Verengung, Mittel. In links 5, 20, 30. Gut hochgegrindet bei der Half-5. Rechts 3, in links 4, macht zu. In rechts 3. Und rechts 3, 50. Links 3. Und manchen Kurven hier, wenn die so, 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 rechts aufmachen, brauche ich gar nicht lenken, einfach Gas geben. Und rechts 2, Verengung, und links 2, lang. Die scheiß Reifenwahl lenkt automatisch. Und rechts 2, nicht schneiden. Und rechts 5. Und links 5, Verengung, in rechts 3. Und links 4, schneiden, in rechts 5, und Ziel. Oh, Ziel ist ein bisschen weiter hinten. Da war doch mal ein Ziel direkt, direkt, wenn man aus der Kurve noch in der Kurvenfahrt rauskommt. Oh, Mann, ey, wir haben es, wir haben es aufgeholt. Ach, du heilige Scheiße. Wow. Ich muss schon sagen, ich habe ein bisschen Angst, die Regenreifen zu benutzen. Das Fahrverhalten war ja schon Schmutz. Mal gucken. Ich packe wieder nur ein Reifen rein. Oder? Über, ich mache, ja, nee, komm. Das wird gut. Das muss gut werden. Gambling auf dem frühen Regen. Ach, du Scheiße, ich kann mir das jetzt hier richtig geil versauen. Es wird ein Fest. 4, 3, 2, 1, los geht's. 30, rechts 3, macht zu scharf bremsen, scharf rechts, in links voll 150. Rechts 4, macht zu leicht schneiden, in links 3, leicht schneiden, und rechts 2, leicht schneiden. Fährt sich erst noch schlechter? Wie geht das denn? In Bodenwellen, links 4, Verengung, und links 4, kurz. Und rechts 5, leicht schneiden, in links 6, 80. Links 3, 100. Links 4, leicht schneiden, in rechts, links 5, leicht schneiden, 100. Rechts 5, lang. Nur leicht schneiden, weil da knapp nach dem Scheitelpunkt direkt die Laterne ist. Und links 6, kurz uneben. In H-Nadel, links breiter, 100. Bremse. Bremse. Rechts 6, in links 6, Verengung, 50. Links 5, in rechts 5. In links 5, kurz. In rechts 5, lang. Und links 5, kurz. In rechts 2, lang. Bremse. Bremse. Und links 3, macht zu, mittel. Oh, Mission 1 Minute. Und links 4, nicht schneiden, macht auf. Sicher durchkommen. Und rechts 4, innen halten. Und schön gleich Obacht fahren, wenn der Regen kommt. In rechts 5, kurz, nicht schneiden. In links 6, nicht schneiden. Und rechts 5, mittel. In links 6, 150. Achtung, Verengung, links halten. In rechts 4. Und links 4, 80. Rechts 4, mittel, 300. Achtung, rechts 3, scharf schneiden. Bei Abzweig Mauer, innen 150. Oh, 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 oh. Ich dachte eigentlich so, hey, komm, mach ich mal nicht so'n Cut. Ich hatte dann doch schon'n bisschen Angst auf so'n random Reifenplatser. In rechts 5, 200. Aber es hat einfach nicht mal auf, mir zu rutschen. In links 5, Achtung, 30. Ah, gut Zeit verloren. Oh wow, wieder eine läppische Kurve. Ich halte auch eine größere Führung, ich habe sehr viel Respekt vor dem Regen. Oh, das war zu viel Handbremse. Oh, da kommt der Regen. Das ist tatsächlich ein früher Regen. Rechts 4 in links 3 nicht schneiden und rechts 4 in links 4 innen halten rechts 5. Darf ich ja noch ein bisschen mehr Zeit rausholen. Rechts und rechts 5. Und links 5 leicht schneiden in rechts 4 100. Achtung, Unterbrücke, Verengung links 5 30. Achtung, rechts links 2 20. Rechts 4 schneiden in links 3. In rechts 3 und links 4 mittel macht zu. In rechts 5 macht zu. In links 3 leicht schneiden in rechts 4 innen halten. Achtung, rechts 5. Ah, jetzt fällt das Auto echt schön. Bisschen wieder was von Skiabfahrt. Mit dem hin und her sliden. Aufbremsen, scharf rechts schneiden und rechts 4 in links 4. In rechts 4 in links 3 schneiden und rechts 4 in rechts 4. In links 3 schneiden und rechts 4 in links 6 leicht schneiden. rechts 5 mittel in links 2 nicht schneiden 80. Oh, überraschend viel Haftung, wenn es mal ein bisschen ins Gelände geht. Aufbremsen in rechts 2 lang über Brücke 200. Links 1 mittel 150. Links 3 Verengung. Oh, vor den links der Reifen. Dem geht es ja gar nicht gut. Rechts 3 in links 4 macht zu. In rechts 3. Und rechts 3 50. Links 3. Rechts 3 kurz innen halten, links 3. Ich habe schon lange keine Zwischenzeit mehr gesehen. Wieso verpasse ich das? Oh Gott. Ich hätte fast wieder die Auffahrt benutzt zum Anwesen. Und rechts 2 nicht schneiden und rechts 5. Oh no. Na gut. Das geht noch. Und links 5 Verengung in rechts 3. Und links 4 schneiden in rechts 5 und übergucke rechts 4 bremsen 20. Achtung scharf links nicht schneiden 80. Rechts 2 nicht schneiden 100. Oh Gott ist das rutschig. In rechts 5 lang macht zu. Und links 5 macht zu 100. In rechts 4 Verengung 100. Links 4 30. Rechts 4 in links 5. Und rechts 5. In links 4 macht zu. Und rechts 4 macht auf Verengung. In rechts 5. In dem Regen mache ich anscheinend keine Zeit gut. Obwohl gut. Ich hatte auch gerade einen dicken Fehler drin. Zu. Okay hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Können wir einfach wieder hochfahren. Achtung scharf bremsen. Haarnadel links schneiden 30. Rechts 5 kurz macht zu nicht schneiden in links voll 120. Links 4 macht auf lang 30. Links 5 kurz in rechts 6 kurz. Und rechts 4 nicht schneiden. Links 4 kurz in rechts 5 kurz. Und rechts 4 in links voll. Links 3 50. Rechts 5 lang macht zu in links 4 kurz. Und rechts 4 in links voll. Rechts 5 lang macht zu in links 4 kurz. Wall tap? Ne. Und links rechts 6 kurz. Rechts 6 in rechts 5 kurz. Rechts 6 in rechts 5 kurz. Rechts 5 kurz 200. Mittig halten über Kuppel Sprung 50. Links 5 kurz. Rechts 5 schneiden. In rechts 4 leicht schneiden. Und rechts 3 nicht schneiden bremsen in scharf links. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, die brauche ich, die Wand. Dankeschön. Und die Wand bei auch noch. Ui. Und die Wand bei auch noch. Jetzt wieder ohne Kontakt. Achtung, links, rechts, zwei, in rechts, voll. Und links, zwei, leicht schneiden, Verengung, in rechts, zwei, nicht schneiden. Upsa. Big Cut. Links, voll, in rechts, fünf, lang, macht's. Die Handbremse benutzt, für die 90 links. Und links, sechs, über Kuppel, mittig halten, 50. Rechts, fünf. Und rechts, fünf, sehr lang. Links, sechs, in Sprung, bei Abzweig, 80. Dann kriege ich in der Stage vielleicht einen doppelten Reifenplatzer. Regenreifen sind ja schon gut runtergerubt. Rechts, rechts, nicht schneiden, in links, fünf, leicht schneiden. Achtung, scharf, bremsen, sehr eng, links, drei, kurz. Das ist so knipzig, hier zu fahren. Links, drei, macht zu, in rechts, vier, Verengung, runter. Links, fünf, kurz, fünfzig. Links, vier, innen, rechts, fünf, in links, fünf, kurz, hundert. Tap. Jawohl. Rechts, fünf, kurz, leicht schneiden, Hausinnen. Und rechts, fünf, links, sechs, macht zu, in rechts, kurz, leicht schneiden. Schnell fahren, das ist hier so tricky. So rutschig. Ja, schade, das sind auf jeden Fall keine fünf Punkte für mich. Da habe ich doofe Fehlerchen gemacht. Nicht viele, aber die waren teuer. So tricky. Verhältnisse. Aber ich habe noch zwei Punkte mitgenommen. Nicht so viel Kalle, der hat nichts mitgenommen. Und Neville, der hat abgeräumt. Der hat Bock. Zweiter, plus nochmal fünf Punkte. Geil. Ist ja richtig spannend da vorne, in der WM-Wertung. Wait, what? What, what? What, what, what? Wir sind Zweiter. Wie ist das denn jetzt passiert? What? Wart mal, was hat denn, was hat denn die Bilder aufs Asphalt gebrannt? Heilige Makrile. Er hat 30 Punkte mitgenommen. Wir sind bei 20 Punkten. 18 plus 2. What, what, what? Aber wie? How? Was? Nun, Neville. WM-Leader. Ey, es ist so furchtbar knapp da oben. Es ist so furchtbar knapp. Aber ich würde mich schon freuen, wenn Neville gewinnt. In der Realität. Nicht im Spiel. Im Spiel will ich gewinnen. In der Realität kann ich nicht gewinnen. Deshalb will ich wenigstens im Spiel gewinnen. Oh Mann, ey. Die 1 ist nicht geblieben. 1. 11. 2. Müsste ich dann also jetzt 22. Werden? Zum Glück geht das nicht. Perfekt. Gibt ja nur maximal 11 Autos. Oder 12. Auf jeden Fall nicht 22. Ach so, ja. Stimmt. Ich habe es vergessen. Der Durch-X-Simulator. X, 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 X. Ganz viel 200 IP bekommen. Oh Mann, ey. Haben wir Platz? Haben wir Zeit zur nächsten Rallye? Haben wir. Dann würde ich mal sagen, Leute. Morgen geht es rein in die tolle Zwischenfolge. Und vielleicht sind es Wartungen dabei. Obwohl wir jetzt zwingend keine Wartungen bräuchten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch in die Wartungsarmut hineingeraten. Bye. Have a great time.